Hallo, liebe Deutschlernende! Hast du Angst vor dem Sprechen? Dann ist dieses Video für dich. Ich weiß, viele von euch haben dieses Problem. Viele von euch hören Deutsch und verstehen das Gesagte sehr gut. Du verstehst sehr gut, was ich sage, aber du hast noch Schwierigkeiten damit, selber zu sprechen. Du hast eine Angst vor dem Sprechen. Und ich möchte dir dabei helfen, nicht nur diese Angst, sondern generell Ängste zu überwinden. Ich möchte ein paar Techniken mit dir teilen, die mir dabei helfen, Ängste zu überwinden, die mir dabei helfen, außerhalb meiner Komfortzone zu treten und Ängste zu überwinden. Und das wird auch dir helfen, nicht nur die Angst vor dem Sprechen zu überwinden, sondern auch Ängste allgemein zu überwinden. Und ich werde über dieses Thema in meinem bevorstehenden Webinar sprechen. Ja? Verpass es nicht. AuthenticGermanLearning.com Schrägstrich Webinar. Schreibe dich dort ein, ja? Schreibe deine E-Mail-Adresse. Sag, ja, ich möchte benachrichtigt werden. Und dann weiß ich, dass du Interesse hast an diesem Webinar. Und dann schicke ich dir eine E-Mail, wenn es losgeht mit allen Informationen, ja? Und Erinnerungs-E-Mails. Okay? Und ich, wenn du dich einschreibst, wenn du dein Interesse bekundest, dann schicke ich dir auch automatisch eine erste E-Mail. Und ich möchte dich bitten, diese E-Mail auch zu beantworten, damit ich weiß, was du am meisten lernen möchtest im Webinar. Ja? Ich werde dieses Webinar dann auch basierend auf Feedback an euch anpassen, weil ich wirklich die besten Techniken teilen möchte, die ich benutze in meinem Leben, um effektiver zu sein, um mehr Energie zu haben, um mehr Lebenslust zu haben. Und diese Energie hilft mir unter anderem auch dabei, Ängste zu überwinden. Ja? Und ich werde auch Techniken mit dir teilen, wie du Ängste überwinden kannst. Unter anderem die Angst vor dem Sprechen. Okay? Ich bin schon total gespannt. Alles Weitere erfährst du per E-Mail. Und wir sehen uns dann und auf jeden Fall auch morgen. Also, besuche den Link in den Kommentaren. Schau dir den ersten Kommentar an. Besuche den Link. Gib deine E-Mail-Adresse ein. Klick auf Ja, ich möchte benachrichtigt werden. Dann bekommst du eine E-Mail von mir und dann beantwortest du diese Mail. Und ich werde sicherstellen, dass du auch das lernst, was du am meisten brauchst, was dir am meisten hilft. Okay. Bis dann. Wir sehen uns beim Webinar und auch jeden Tag hier auf YouTube.